Ich, ich lüge doch nicht, sag ich! Hast du mir so schnell genug, nicht zu gelüben, sag ich? Hast du schon genug, nicht zu gelüben, sag ich? Ach, die Kleine Frau, die glaubt ergeben. Das war jetzt schon. Na, sag ich! Nicht alle, sag ich! Ich weiß, sag ich! Ist das echt wahr, sag ich? Das ist echt wahr, sag ich! Du lügst doch, sag ich! Sag ich! Ich, ich lege nicht, sag ich! Ich stelle zu gönig im Brain, sag ich! Ich stelle zu gönig im Brain, sag ich! Ich stelle zu gönig im Brain, sag ich! Joa! So! Eure Majestät! Furchtbar, sag ich! Einen Moment! Wünsche dir, Majestät, nicht gestört zu werden! Kommt später wieder! Ist das ein dringendes Anliegen? So ist es, sag ich! Dringend! Sehr dringend! Wahnsinnig, sag ich! Wenn dir zu essen, so werde ich die Botschaft überbringen! Jetzt werde ich die Botschaft überbringen! Ich will dir darum, sag ich! Ich will dir darum, sag ich! Ich will dir darum, sag ich! Nur mal! Was bloß in dieser Beatrice, ich will nur auf! Warum? Warum? Warum geht es? Ich will nur auf! Ich will nur auf! Wenn es das gar nicht ist! Bla bla! Schrei schrei! Kannst du was sag ich! Kannst du was sag ich! Kannst du was sag ich! Wie bitte? Ich will mich nicht, nicht gestört zu werden! Ich bitte um Verzeihung, aber weil sie sie gerne muss! Ach ja! Wo ist Gareth überhaupt? Es scheint, als hätte sie das Königlicharm weggenommen und sich aus dem Schloss geschlichen. Wie bitte? Was denn? Sie gehören sich doch mal. Diese kleine Hotzlöfe findet sie bestraft sich und reißt ihr alle Haare aus. Generäle Beatrix. Jawohl. Und auch ihr Hauptmann. Steiner! Das kann man so lassen, Steiner. Ich dachte, das habe ich auf dem Röschenspiel zugelassen. Ich weiß nicht warum. Das Eisere Kreuz. Hauptmann Stein. Und zur Stelle. Ich haf' Ihnen jetzt auch gerne wieder hin. Sabel, Eure Majestät. Mir befehlt Eure Majestät zu befehlen. Ja, so. Blutertumbe. Komm mal hier angetreten! Hallo? Kann er doch? Kann er doch? Komm mal hier zur Stelle. Was soll das für Kumiger? Wo ist der traurige Fest? Die anderen zeigst meine ich. Ist das eine Möglichkeit? Was soll ich gar nicht suchen? Zu uns spielen wir auch einen Schmarrn. Und schauen Sie mal das an. So. 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 Das ist einfach nur ein Stückchen ein großer Film zu sein. Aber wenn ich die Prozesse nicht finde, bevor es vorbei ist, dann ist es ein sauren Anfänger von König in Bray. Und aus den Hörer stehen wieder so zielscheinend, dass Spuren es für ein Beatrice sein wird. Und man... Ich muss mich mit mehr... Ja, mach ich auch. Geh aber zur Seite, ich lege die Blätter. Einfach nur lass jetzt alles, was ich kann. Weil ich sagen würde nie auf. Hauptmann, lass den Übel gesessen und man entspannen. Entspannet, sagt er. Schwingt deine Bühnenknochen hoch. Und so, du Prinzessenkerl. Ich befehle ihr Majestät, dass ihr mich ein Führer... Ach du liebe, ja... Das ist an ihrer Güte. Ver... 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 Ich weiß ja auch nicht, ob du so knallengengelklapputten anhaben hast. Du machst dich das bestimmt nicht scharf. Tja, was treibst du da? Was treibst du da? Nimm die beiden Idioten und finde die Prinzessin, dass alles ein bisschen flötzt. Jawohl, zu viel. Entschuldigung, ich mach ja schon. Oh mein Gott, du bist verdammt. Wir sind viele. Genau, ich muss die, sogar ein Fugeln, also von zwei Augen. Du bist ja hier drüben, die Frau Meier. Also, wenn man bald drüben, dann weiß ich mir, was wir vergessen. Aber ich glaube, dass wir hier so schnell spielen, denke ich, war gar nicht heftig übersehen. Das wäre eigentlich für ein König. Aber so kein Let's Play, sondern ein... Moment. Bei euch. Find ich gut. Ich bin... ... ganz schön aus dem Puste. Oh. Hallo ruhig. Das ist gut. Hauptmann Steiner, haltet ihr euch etwa auch neugierig jeden Tag mit dritten Steigen in Form? Nein, 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 nein. Nichts zugleichen. Ich bin da auf der Suche nach dem Sitz. Gar nicht. Ist sie etwa da oben? Hast du sie gesehen? Ich bin da oben. 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 Ach... Gib meine Seiten stöchende... Ach. Kau. Übrigens habt ihr den Rest der Zapfen getrunken im Suchbefehl erteilt, 1964 kundige bis jetzt 5 finden. Malen vor der Prüfe. Die immer über alles Auf dem Laufenden sind. Haben wir den Suchbefehl schon unterhält? Lasst mal überlegen. Weimar, den einzigen Bär dieser statines Mäscheläufer unter dem Camp, hat den Superfisch unterteilt. Lasst mal überlegen. Und Kong, der Alessandria besser kennt, als alle anderen Leuten in ihrer Westentasche, hat den Superfisch unterteilt. Gebt euer Bestes. Ja, nehmt auf. Dann suchen wir noch die beiden. Vielleicht sind sie irgendwie hier oben. Und tun bei ihnen, was ganz geheimlich ist. Ich bin fixiert dadurch. Ist doch nicht mal geworden. Mein Gott. Aber ich muss jetzt zusammenreißen. Ich muss die Quintesse entfinden. BitBoy. Was ist? Was ist die Prinzessin? Was ist die Prinzessin? Was ist die Prinzessin? Prinzessin? Eile! Mit Weine! Hm? Das ist die Prinzessin! Oh honey! Oh GETzenia! Denzu sind schon bitte. Ein sehr schönes Spiel, Leute, jeder, der es auch noch kennt, hat sich wirklich das mitzuspielen. Muss ich immer wieder sagen. Opsa! Na nur, wo ist gar nicht los hin? Uh! Aua! So, ein Weibstück. Ups, ups, ups. Hm. Mal gucken wir mal. Wie siehst du hier rein? Na, hallo! Ah, was war das? Hey! Hey, mein Gott, du da! Wenn du mich schon umrennt hast, dann entschuldige dich wenigstens. Ich, ich bitte um Verzeih, ich war in Eile und da. Also wirklich, obwohl ich doch billig auf die Bühne muss. Oh, ich bin es richtig, was weiß ich! Hm, hmm. Ups! Hier bin ich. Die kleine Dame, die hatte alte Tassen im Schrank. Wie auch immer, lass mich durchziehen. Augenblick mal. Du kleiner Schnuckel, du. Warte, endlich. Nein. Wir reden später. Mann. Bist ein Weibstück. Wer ist denn die überhaupt? Sag mir. Ach, Weiber. Endlich. Endlich der Vernunft gekommen. War irgendwie anders geplant. Aber das macht die Sache nur noch einfacher. Ja. Wir würden da zu der Schrankspiel. Verfliegt. Nein, verfliegt. Verfliegt. Hat sie mich. Ich weiß nicht, aber durch dessen Bewusstsein auch. Ich bin in Wirklichkeit. Mädchen in weißer Kutte. Prinzessin Garnetil. Alexandrus von Alexandria. Ja. Ja. Ich habe eine große Bühne. Ich brauche eine Lüge. Ich brauche eine Lüge. Ich bin in der Spiele. Auf der Stelle entführen. Wie bitte? Wie bitte ich. Ähm. Pff. Äh. 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 Ich brauche eine Lüge. So rum, du kippst die Erden zur Fix-Zer-Fix. Gar nicht, du warst dich nicht zu fürchten. Es ist sie noch, in Polen. Ach so, so ist das? Ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich hoffe, euch mit meiner Reaktion nicht beleidigt zu haben. Naja, aber eigentlich kein Wunder, dass du bei seiner schrägen Fresse so erschreckst, Prinzesschen. Wo sie ist? War ganz ein schöner Pini. Wo ist die, zur Fix-Zer-Fix? Prinzesschen? So geht's im Moment. Schnell, vor der zur Fix-Zer-Fix. Los, schnell sie nachher. Prinzesschen? Prinzesschen? Gottverdabterweil, wo sind die Prinzesschen? Da rennest du auch immer hier an niemanden, Prinzesschen? Gottverdabterweil, das ist doch nicht die Wichtigkeit, Prinzesschen? Prinzesschen? Ist das nicht die Möglichkeit? Das ist doch, das ist doch wohl... Alle und alle auf Saus, das soll ja... Ah, der Habeck wird sich auch endlich, he? Ich spiele vielmals um Entschuldigung. Prinzesschen? Hm. Ey, Sina, das ist doch ne verdammte Sackgasse hier. He, ihr, ihr hab alles im Griff zerfix. Zack, na schau's da. Peng hat's gemacht. Ob der Akklo, der fällt doch nicht. Konzessen? Schnell, Sprenger fixe links. Ist die Prinzessin einfach da unten? Ist die da unten oder ist sie nicht da unten? Gottverdabterweil. Ich springe schon, Hauptmann, ich springe schon. So, siehst du? Oh, ich schenke, ich schenke fest. Ich schenke fest. Ja, was wirst du dafür wachsen? Ich schenke fest. Hauptmann, Hauptmann, ich schenke fest. Gle, warte doch mal. He, 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 reingelegt. Hey, leverage. Welch Gratziarn's Spur? Das ist nicht. Nein, erkennt sich mal. Können das verlieben. Nein, 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 nein. Ein Rechtes. Schon vergessen. Ich fuhren den Schlöss in den Dunkelhäuschen vor. Wie könnte ich! als eigene Spielzuschauer vor Augen zu sehen? Bitte lässt uns diesent in der Bandschlecher besorgen. Ich schenke. So, dann machen wir eben weiter. So, dann lass ich mich was finden. Wah! Okay. Gut, 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 gut. Okay, ich hab auch was gemacht. Ich hab auch nicht spült, ja. Aber, okay. Zer fix, du wolle. Wenn du einen guten Druck zu überrasst, das war, mach es noch ab. Zer fix, du solltest sofort noch nicht dran. Ach, das ist bayerisch. Könnte das nicht fukendisch bleiben? Okay, dann gehen wir auf. Hier, was sollen wir denn jetzt noch machen? Was sollen wir jetzt machen? Was sollen wir jetzt machen? Oh, oh, was hier los ist? Das ist blöd, das sind bloß die Fügel. Die Fügel ist nun also gegenehmt. Oder stressig auch. Ich hab's bei den anderen spiel'n schöner Koffe in der Häser vom Tegel. Aber, ne, ja. Trotzdem ist es wirklich schon das Spiel. Hochkleines Figuren in einer hat'sschigen Umgebung. Scheule. Danke.